hallo hier ist martin von mannmarke ist das die dachsanlösung für nun dienstag den 12.04.2022 und unser dachs der scheint hier ein bisschen angeschlagen zu sein und widersucht dann nach aufmerksamkeit oder hat ihr wirklich ein deutlicheres problem wir haben ja gestern eigentlich auch schon ein bisschen darüber gesprochen das ist vielleicht die falsche zeiteinheit aber man sieht denke ich auf dachs chart eben auch deutliches abgibt nach unten auch die tages kerze ist deutlich eingedreht aber das ist eben auch gleich der punkt den ich hier zeigen wollte denn wir liegen wieder auf der linie wo auch immer die linie rechtversicherung hernimmt eigentlich ganz richtig da oben drauf kommt richtig drauf freund machst du nicht so und damit ist er nämlich dort auch schon drunter und ich weiß gar nicht warum die verrutscht ist die müssen wir irgendwie mal verschoben haben versehentlich soll aber egal sein also fakt ist das sieht nicht so gut aus hier einzigste option die ich hier für ihn vielleicht noch sehe ist jetzt einfach mal das gap hier unten zuzumachen mittelunterer bollinger wand gute unterstützungsbereich könnt ihr früh drauf tippen hart nach oben aufdrehen um sich hier irgendwie ein bisschen rauszulösen aber ansonsten ist es ein deutliches abdrehen eben auch aus dem wachen start nach unten gewesen der ein oder andere erinnert sich hier noch was man hier gezeichnet haben halleluja das haben wir nicht gezeichnet man gibt mir mal kurz eine sekunde ich freue mich schon auf so also das war ja gern der letzten analyse gewesen dass wir ihnen super unterstützungsbereich haben nachdem ja das untere ziel abgelaufen ist kommen wir ziemlich schnell hoch dass dann eben hier die 14.800 letztendlich sogar das zeug hätte den markt eben wieder hier runter zu werfen halt zumindest ist aber noch mal ein ganzes stück nach unten haben wir über das gap gesprochen bei 30.000 15 das wäre jetzt auch noch weiterhin möglich wenn der dax weiter schwach bleibt also auf der ebene ganz klar umkehrsignal erkennbar die aktuelle wochenkerze die jetzt hier steht ist aber noch nicht fertig sollte das jetzt noch eine grüne wochenkerze die werden die sich wieder rein zieht ist das was man noch nicht ganz so aussagekräftig aber immerhin fakt ist dass wir hier im bereich um 14.000 deutlich abdrehen das heißt umso tiefer unser dax kommt umso mehr bewegungs energie kann an sich gegebenenfalls auch frei schlagen und das sollte man hier müssen im blick behalten insbesondere wenn eben die 13 990 zum dienstag jetzt nicht halten sollte ja also da möchte einfach ein bisschen vorwarnen weil ich weiß was instinktiv dann die meisten eben machen und das ist volle bulle dagegen schlagen und das kann wirklich sein dass der da der da überhaupt nicht zockt als er gerade durchsteigt irgendwie in die 800 erst mal einfällt dort dann irgendwie zur seite rumfledert und nachmittag noch tiefer geht nächsten tagen abwärtskipp reinbringt und dann steht plötzlich bei 13.500 das ist grundsätzlich aus der situation heraus möglich definitiv ja jetzt muss man ein bisschen auf dem radar haben und entsprechend hier einfach vorsichtig sein mir ist der bereich trotzdem sehr sehr wichtig kann mir sehr sehr gut eine drehung vorstellen ich könnte mir sogar vorstellen dass er aus dem stand hochdreht weil er die vortagestiefs noch nicht unterboten hat dennoch wird ich ist es also ich bleibe dabei hat das hat sich jetzt aus der situation auch von gestern überhaupt nichts gar nichts geändert wenn wir diese flacke die haben wir jetzt quasi in einem bruch nach unten angegangen das heißt wenn ich jetzt hier ziehen würde würde sich jetzt gerade unten raushauen dann liegt unten aus dem band raus macht sich das band auf also auch aus der position heraus wäre definitiv die möglichkeit da hier mal die 13 990 13 960 reinzuschlagen und wenn da keine drehung kommt haben auch jetzt die letzten tage so gesagt 87 und so weiter soll der freundliche eröffnung zum dienstag sich relativ zügig über 14.200 etablieren würde ich ihm noch mal eine chance geben rein in die 14 3 40 14 360 die bleibt auch immer wieder gleich halten die verändert sich nicht die marke weil sie einfach aus der historie der letzten kurse entsteht und die sich ja nicht mehr verändert halt das was der einwandten chart gebrannt ist das bleibt auch so und so verhält sich auch mit dem zielen momentan sieht es jetzt hier ein bisschen schwächtig aus aber auch sehr sehr korrektiv runter zu naja also der ist nicht dynamisch hoch gekommen aber ist auch die dynamisch runter gekommen das ist eine korrektive bewegung und von daher wird es mich gar nicht wundern wenn er hier einfach noch eine welle dran packt zur seite ohne die tief zu reißen das würde mich jetzt nicht so wundern halt na aber das will ich auch erst sehen ich würde jetzt nicht am dienstag früh direkt lang reinballern nur weil er hier auch noch eine korrekturausdehnung ansetzen kann also so ist das nicht gemeint aber ich würde schon sagen wenn der dax den start gut meistert und sich gut halten kann gut nach oben weg arbeitet und das tief in ruhe lässt und auch das tief in ruhe lässt und auch das tief in ruhe ist oder beispielsweise nur ganz kurz drunter tippt und dann wieder hoch indem er einfach zum beispiel diese 13 9 90 abarbeitet dann wäre das durchaus legitim dass es sich dann eben von dort auch noch mal wieder gut und gerne bis 14 200 14 300 hochziehen kann das sollte man nicht unterschätzen aber eben das risiko auch nicht außer acht lassen wenn wir den bereich fallen lassen hat dass das muss man sich wirklich jetzt mal vor augen halten wissen das dann einfach das einfach musik drin das risiko drin ja und deswegen ich würde noch nicht ganz den kopf und sand checken aber sieht schon eher negativ als das war ja gestern auch schon so über die flagge gesprochen eine flagge muss nicht immer unten auflösen tut sie jetzt gerade kann auch auf der oberseite und ich würde so jeden tag einfach angehen hat letztendlich kann alles passieren sehe ich dass der markt von beginn an sich gut über 14.100 hält würde ich mich mit short einfach zurückhalten weil ich glaube dann hätten wir oben raus eher mehr potenziale richtung 14 200 14 300 hin wenn ich natürlich sehe der der zieht nach unten der drückt oder der startet kurz nach oben an und dann dann haut er sich direkt neues target tief rein das wäre natürlich schöne short chancen dann kann man noch mal runter probieren müssen ihn 990 960 rein dann würde ich doch erstmal realisieren gucken wie bewegt das sich vielleicht ein teilverkauf von einem short realisieren mir angucken wie bewegt das sich hier ja und wenn er hier schlagartig schön hoch dreht könnte man sogar eine longposition probieren dritte sich aber durch dann dann würde ich unterhalb von 14.59 shorts weiter ausbauen also weiter suchen seitwärtsbewegung nutzen drei genutzen kleine flaggen nutzen und so weiter und dann da eben noch nach unten raus ein paar punkte mitzunehmen also so werde ich mit umgehen mit der analyse mit den mit der situation vielleicht auch und sieht das nicht ganz so rosig aus aber man muss wirklich ein bisschen vorsichtig sein der dax hat die letzten tage viel 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 viele kleine fehlssignale auch immer wieder gesetzt wir sind noch nicht tiefer als hier ja und wie gesagt dass er korrektiv runter gekommen das würde mich nicht mal wundern wenn wir mit einem aufheizgeb reinkommen halt ne also einfach um die leute hier ein bisschen zu rollen so halt ne also ein bisschen vorzuführen und vor der zu verkackern kurz vorm verfall halt ne von daher fasst ein bisschen auf muss man vielleicht nicht unbedingt immer mit vollem risiko dabei sein außer einem liegt das gerade sehr gut aber diejenigen also ich sehe auch viele die wirklich ein bisschen schimpfen momentan mit dem markt die sagen was ist denn das für bewegung komme ich überhaupt nicht mit klar und dann mir aber schreiben dass irgendwie so 10 trades gemacht haben das passt dann nicht als wenn ich selber erkenne der markt macht es nicht was ich haben will der markt bewegt sich nicht so der ist nicht stimmig der springt nicht auf das an was ich haben will dann halte ich mich einfach ein bisschen zurück dann lass ich den kommen warte noch ein bisschen ab bis er mir wieder in die karten rein spielt und kann schon wieder mehr risiko geben also da einfach ein bisschen aufpassen und wie gesagt vergesst nicht dass hier die welt nicht aufhört na also nicht dass man da jetzt hier um 13 90 39 60 dann das hirn ausschaltet und keine ahnung was man dann anschaltet portemonnaie stöpsel anschaltet oder ausschaltet na also da passt wirklich ein bisschen auf das kann nach unten ganz schön rumpeln wenn der hier jetzt die bewegung noch versucht darauf zu beschleunigen ja dann wünsche euch gut gutes gelingt zum dienstag viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss